Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tiffik Tested. Diesmal, wie ihr schon seht, Minecraft. Ich habe es vor Jahren mal mit anderen Streaming-Kollegen gespielt und ich muss sagen, es hat mir nicht wirklich gefallen, aber ich habe gedacht, komm, mache ich mal mit. Jetzt will ich mal selbst mal neu starten, neu erstellen. Ah nein, neue Welt erstellen, da. Ich bin relativ neu, ich habe keine Ahnung, aber auch vorhin hatte ich gar keine Ahnung, deswegen nicht wundern, tschuldigung. Tiffik Tested. 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 Allgemein. Fortgeschritten. Nein. Mehrspieler. Nein. Cheats. Nein. Ressourcenpakete. Teilteile. Spielwerden gebildet. Nein. Faltenspakete. Experimente. Nein. Allgemein. Überleben. Erkunden. Eine mysteriöse Welt, in der du bauen, sammeln, erstellen und gegen Monsterkabung musst. Schwierigkeit ist Spawn keine fällige Kreaturen und nur eilige neutrale Kreaturen. Die Hungerleiste lehrt sich nicht und die Gesundheit erfüllt sich mit der Zeit wieder auf. Fällige Kreaturen spawnen, verursachen aber weniger Schaden. Die Hungerleiste lehrt sich und lässt die Gesundheit auf fünf Herzen sinken. Fällige Kreaturen spawnen, verursachen Standardmäßigen Schaden. Die Hungerleiste lehrt sich und lässt die Gesundheit auf ein halbes Herz sinken. Schwer. Höheren Schaden lehrt sich und lässt die Gesundheit auf null sinken. Okay. Machen wir auf normal. Nehme ich mal ein. Überleben. Ja. Erstellen. Tagsüber bist du sicher? Wahrscheinlich. Die meisten Monster kommen nur nachts raus. Hm. Wir werden mal sehen, wie es ist. Brich Blöcke, sammeln Ressorts. Nutze das Handwerksfeld, um hilfreiche Gegenstände herzustellen. Jetzt beherrschst du das Handwerk. Ha. Mein Bruder hat das gesuchtet vor Jahren. Du hast unendlich viel Leben, aber deine Gegenstände fallen zu Boden, wenn du umkommst. Sammeln sie schnell wieder auf. Ja, mein Bruder hat das gesuchtet wie bescheuert, als es rauskommt vor 15 Jahren. Oder wie lange es das schon gibt. Und, äh, ich hab's nie gemocht. Äh, die nicht. Ja, okay, gut. Weiter. Ist, äh, scheinbar dauert's länger als gedacht. Mein Internet ist aber auch nicht gerade das geilste. Ja. Ja, aber. Können wir nochmal quatschen, warum ich das so geilste. Ich hab's halt schon damals gekauft, für unseren Gemeinschafts-Stream. Und, äh, ja. BFI-Mode. Kann ich irgendwas machen? Damit. Streicheln. Okay, da ist ein... Oh. Ist das ein Frosch? Hm. Ein Pilz. Hm. Schafe. Mal sehen, was hier so Phase ist. Huch. Hier ist Wald. Schafe. Schweine. Ich hab keine Ahnung. Oh, ein Pferd. Hallo. Berge. Aber Hügel, ja. Lichter hoch. Ich glaub, da kann ich noch gar nicht hoch. So, ich geh mal da lang. Hühnchen. So. Hühnchen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was mich eigentlich machen kann. Oder machen muss. Ich hab keine Ahnung, was ist das? Oh. So. So. Ich hab hier keinen. Werke. Uh. Uh. Lava. Werkbankstock. Oh. Uh. Äh. Crazy shit. Was hab ich denn hier gefunden? Das ist ja fett. Das ist ja krass. Warte, Inventar. Wo kann ich denn hier auf? Nein. Oh, nein. Ah, das war auf E. Dann mach ich's mal so. So. Das ist ja krass. Noch ne Hose hab ich. So. Feuerzeug. Feuerkugel. Was mach ich denn da mit? Goldklumpen. Schweiterdruckplatte. Ich kann hier gar nichts machen. Das sonne. Gleich habe ich über die Stockung was machen. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Kann ich über die Stockung was machen? Ich kann hier wirklich ein bisschen was machen. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Scheinbar nicht Gedrückt halten ist schon mal schneller Okay Obsidian Das ist aber schon bestimmt ewig, bis das durch ist Ja So Jetzt gehe ich mal hier hin Flasche So Och man, was mache ich denn hier? Ich habe keine Ahnung Ich habe absolut keine Ahnung Was ist das hier? Einfach nur Blöcke Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache Rezeptbuch Was ist das hier? Warum? Oh, ich habe was zu essen Es ist nur ein Apfel drauf So Leute Verurteilt mich nicht Wenn doch, seid nett Ich habe hier nämlich keine Ahnung, was ich hier mache So Feuerzeug Eichenbretter Eichenholz Ausrüstung Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mache Das Gebirge Das Gebirge So Schauen wir mal Hier weiter hoch Das sieht doch wie nutzbar aus Keine Ahnung Oh, ich habe doch auch keine Ahnung Leute Oh, ein Skelett Skelett Gehe ich mal weiter So Ach, diese Tastaturbelegung, ne? Das ist mir nicht noch dran gewöhnen Ich glaube Ich mache mich hier nicht mal dran Ob da Kohle drin ist Langsam, aber sicher Komm, wir brauchen das Ding dran Ach, Leute Ich will doch nur ein Werkzeug haben Wie komme ich denn mit einem Werkzeug? Ich will mal zwei Stöckern So Mache ich das irgendwie nutzbar kaputt Oder mache ich das kaputt kaputt Dass ich das gar nichts rausziehen kann Wenn ich da mit einem Stock draufhabe Ach, come on Dritter Mal drauf Wäre scheinbar Unnutzbar kaputt Scheiße Ich laufe mal ein bisschen umher Nur aufpassen, dass ich jetzt keinen Fallschaden bekomme Oh, Bambus So Das Rezept Ich glaube, ich muss mal aus dieser Gegend hier raus Ein paar neue Stöcke Den ist ein riesiger Turm Hier ist ein riesiger Turm Gehe ich mal hin Können wir hier eigentlich schwimmen? Ich könnte So Aber Temperatur gibt es hier nicht, ne? Oder? Also dass die Temperatur runter geht Keine Ahnung Scheiße So, ich geh mal hier lang Scheiße 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 Und Bitte Ihr seid scheiße Und Ich bin Du bist Ihr seid scheiße Oh, diese Zombies, ne? Der Mond Ich bin langsam Hunger, ne? Die werden vor dem Bogen sein, halt richtig mies Aber gut Oh Meine Nasenheini Nein Grenzlicht Gehen wir mal da hin So Die meisten Monster Oh Die meisten Monster kommen nachts raus Also Schnell Durch Feindesgebiet Was auch immer das für Monster sind Das mit Seeliderin So Ich muss mal kurz gucken, was das hier ist Mein Rezept freigeschaltet So Aber gut, dass man so lange anhalten kann, die Taste Da ist Licht, da will ich hin Das ist Lava Okay Ach Mist, 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 Mist Mist, 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 Mist Schnellchen weg Ich bin kurz vorm Abnippeln, Leute Kurz vorm Abnippeln Scheiße Wenn man absolut gar keine Ahnung hat Das ist nur Lava Scheiße Und jetzt Wie lange dauert denn die Nacht? Meine Güte Scheiße Scheiße Sieht nach Zuflucht da hinten aus Ich hab keine Ahnung Ich hab absolut gar keine Ahnung Wie esse ich denn? Wie esse ich denn, Leute? Ich bin auch kurz vorm Abnippeln, Mann Ah Toll Scheiße Map Aber es gibt ja keine Map Scheiße Ich hab alles verloren sollen Mist aber auch Und das ist mitten in der Nacht Hör auf Jetzt hab ich weiß, wo meine Sachen sind jetzt Also ehrlich Die haben doch so mühsam zusammengeklaut jetzt Scheiße Der Zombie rennt und rennt und rennt Ach komm schon Huch So Frosch Zombies Ach komm schon Nicht schleichen Scheiße Noch eins Ich hab doch auch keine Ahnung, was ich hier mache Oh So Hier sind wieder Spinnen und Nasenmenschen Ach Gott, die sind aber stark Wie lange dauert denn die Nacht? Meine Güte Was war das hier? Okay Oh Lava Ach Gott, ich glaube Spiele Das ist für mich Merke ich jetzt schon Oh, hier ist ein Haus Das hab ich ja gar nicht gesehen vorher Oh Scheiße Vom Nasenmann Nee Ich hab hier keine Ahnung, was ich hier mache Ehrlich Nee, aber ich glaube Jetzt ist noch Dämmerung, weswegen Äh, sind die noch am Start so langsam So 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 Hm 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 Ich weiß nicht Huch Ich weiß es nicht Hm So Ach so, Mist, aber auch Ich kann Zucker machen Toll So Hoch Nee, aber ich Pfff, Gott Ist das Ich muss ganz ehrlich sagen Ich muss sagen Ich versuch's Ich versuch mein Bestes Aber Ich glaube Ich kann nur Lethal Weapon Zitieren Ich bin zu alt für den Scheiß Glaube ich Knallhart Ich bin einfach zu alt für den Scheiß Denk ich So Wieso was hier am Strand ist Nichts Einfach nichts Oh, Schildkröken Cool Fische Ach, wie cool Nee, aber Ich glaube Ach, die halbe Stunde machen wir voll Aber Äh Kann ich jetzt schon sagen Es ist nichts Für mich I tried it I tried it hard Birkenbritter Toll Eisenbarn Feuerstein Toll Eichenbritter So Ich glaube Ich sollte auch mal die Fresse halten Und einfach mal bauen So So Mal sehen, was ich hier alles machen kann Damit nur ganz klar So Wie kann ich es denn benutzen? Nein Holzschwert Eichenbritter So Ich glaube es ist wert Ich habe noch zwei Stöcke. Wo kriege ich zwei Stöcke her? Da. So. Holz-Axt. Holz-Spitzhacke. Immer noch zwei Stöcke. Oh. Jetzt nimmt es langsam Fahrt auf. So. Jetzt nimmt es langsam Fahrt auf. Huch! So. So. Und ich muss mir nur merken, wo ich war. Hier mit meinem Werkbankgedöns. Da oben. So. So. Oh. Cool. So. Papier. Leder-Tuniker. Leder-Rossharnisch. Ha! Fett. Ich glaube... Eichentreppe. Hellgraue Wolle. Okay. Natur-Eichenholz. Ich brauche... Das hier. Und von den Waffen... Ja, das habe ich alles nicht. Ähm... Ich... Könnte... Ach, das ist das. So. Ähm... Ach, Eichen, so. So, das mache ich mal kurz. So. So. Und. Ich bräuchte hier ein Cluster. Langsam nimmst Gestalter der ganze Mist. Joa. Aber ich muss sagen, ich mag es trotzdem nicht. So. Ich muss gleich nochmal ein Haus bauen. Jetzt habe ich langsam den Dreh raus hier. Weil es ja eigentlich Phase ist. So weit weg. Ich glaube, so. Warte, warte. Das ganze hier Ding weg. Und baue mal ein Haus. Weil ich es kann. Und eine Hütte normalerweise. So. So. Jo. Das wird jetzt an der Zeit. Äh. Vielleicht eine Fallkirche. Oh Ich baue mich mal hier rein In deinem Bett Okay Das nehme ich als Zeichen, Leute Das nehme ich als Zeichen Ich habe es eingetestet Ich muss leider sagen Mir gefällt es nicht Mir gefällt es absolut nicht Ich bin überrascht Ich dachte, ich kriege es besser hin Hallo Ich mag es nicht Das war Tiffeltestet Minecraft Es ist nur eine halbe Stunde vergangen Aber Jetzt merke ich schon Ich mag dieses Spiel einfach nicht Dieses Spiel ist nichts für mich Siehste Ihr hört es schon Selbst das Spiel will mich nicht haben Deswegen Ich werde es speichern und beenden Leute, ich habe es versucht Ich habe es versucht Aber Scheinbar will mich das Spiel aber nicht haben Oder ich will das Spiel nicht haben Das ist Beruf Gegenseitigkeit Wir Sehen uns dann beim nächsten Tiffeltestet Mal sehen Wie sehr es dann Welches Spiel es dann wird Aber Minecraft Erstmal nicht Dann sehen wir uns beim nächsten Tiffeltestet Viel Spaß beim Einschalten Vielen Dank Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt Bei dem Nicht so spektakulären Video Schreibt in die Kommentare Wie euch das gefallen hat Ob ich mehr Geduld aufbringen soll Für das Spiel oder nicht Oder ob es sich wirklich Nicht lohnt Dann Wir sehen uns dann nächstes Mal Bis dann Ciao